Herzlich Willkommen zurück zur Stoic Challenge Dark Souls 3 mit einem philosophischen Unterton und heute mal ein bisschen ganz anders. Wir stehen hier ja außerhalb des Boss Fogs vom Dancer of the Boreal Valley, mit dem ich bislang noch nicht so richtig klarkomme. Und anstatt, dass ich jetzt da reingehe und mir den Schädel einschlage an dieser schön animierten Figur, gehe ich mal hier die Treppe runter. Sucht euch zu Hause beim Videogucken einen bequemen Stuhl, falls ihr nicht schon irgendwo bequem sitzt. Also einen, der nicht irgendwie nach fünf Minuten anfängt, sich unbequem bemerkbar zu machen. Einer, in dem man tatsächlich auch längere Zeit relativ bewegungsfrei sitzen kann. Setzt euch da gemütlich hin und dann schließt die Augen. Das ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich für ein YouTube Video, vor allem für eins, in dem es ums Spielen geht, aber macht mal mit. Schließt die Augen. Der Raum, den ihr jetzt vor euch seht, ist auf den ersten Blick schwarz. Da ist nichts geboten. Das stimmt aber natürlich nicht ganz. Wenn man genauer die Aufmerksamkeit dahin lenkt, dann sieht man, beziehungsweise, ja, dann sieht man, dass es da was zu sehen gibt. Nichts eigentlich visuelles, aber es ist auch nicht so, dass das ein strukturloses Schwarz ist. Und vor allem ist es aber in diesem Raum ja so, dass ihr Geräusche hört. Und hier jetzt eben die Geräusche vom Spielen, meine Stimme. Das ist eine interessante Frage, woher diese Geräusche eigentlich kommen. Versucht das mal zu bestimmen. Wenn ich was sage, wo entsteht das Geräusch innerhalb von diesem schwarzen Raum und wohin verschwindet es, wenn ich aufhöre zu sprechen. Was ist die Quelle? Aus der der Ton kommt und in den er wieder zurück geht. In die er wieder zurück geht. Und jetzt zum Beispiel die Geräusche dieser Fußtritte produzieren die ein visuelles Bild in diesem Raum, in dem ihr die Augen geschlossen habt. Seht ihr da was? Wenn ihr diese Geräusche hört. Und wer ist eigentlich wir? Wer seid ihr? Wer ist das Ich, das in diesem Raum sieht und hört? Der Raum ist strukturlos visuell. Auf den ersten Blick, wie gesagt, ist schwarz. Hat aber natürlich dann auf den zweiten Blick doch Struktur. Und in der Struktur irgendwo ist das Ich verborgen. Da ist die Person, das Wesen, das diese Wahrnehmungen macht und das hinter dem steckt, was man da sieht. So, jetzt könnt ihr an dieser Stelle, könnt ihr die Augen aufmachen. Und aber in diesem Zustand trotzdem bleiben. Jetzt nicht wild durch die Gegend schauen, sondern in diesem selbstbeobachtenden Zustand bleiben. Woher kommen diese Bilder? Wo spielen sich diese Bilder ab? Diese Hexe, die ich jetzt hier gerade erlege. Hier ist noch eine. Das ist in einem trivialen Sinn ist, dass natürlich in dem Videofenster und in diesem Spiel und im Internet all diese Dinge stimmen. Aber das ist nicht das Interessante daran. Sondern die Frage ist, innerhalb dieses kognitiven Raums, den wir hier erkunden. Wie kommt es zu diesen Bildern und kann man die festhalten? Wir haben jetzt gerade diese Echsen gesehen. Jetzt sind diese Echsen weg. Wir können uns noch erinnern. Die sind in einem gewissen Sinn auch noch bildlich vorhanden. Da war jetzt wieder eine. Aber wir können sie nicht zurückholen. Wir können, abgesehen von der Erinnerung und dem visuellen Eindruck, dieser Echse nicht zurückholen. Das ist unserer Kontrolle vollständig entzogen. Wir sehen das, was von außen kommt. Und auch da wieder die Frage. Wer ist dieses Wir eigentlich? Der oder das da, was sieht. Wo befindet sich das Wir in diesem visuellen Raum? Ist das die Figur, die sich da bewegt in diesem Spiel? Ist das eine... Also gibt ja dieses Bild in der Kognitions... Ja, nicht in der Kognitionstheorie, sondern eher in der populären Theorie der Kognition. Wir sehen, dass das Bewusstsein von den Sinnesorganen Dinge geliefert bekommt und die dann interpretiert. Das heißt, man hätte dann so eine Art visuelle Leinwand, auf der sich das abspielt, was man da sieht. Und das Ich schaut sich diese Leinwand an. Aber wenn wir diesen Innenraum betrachten, den wir gerade hier vor uns haben... Finden wir da ein Ich. Gibt es da jemanden, der schaut? Gibt es da jemanden, der hört? Können wir den lokalisieren oder die? Wer ist das? Ist das identisch mit dem, was wir unter unserem Ich verstehen? All diese Dinge, die sich jetzt hier visuell und akustisch abspielen... laufen von alleine ab. Sowohl für euch, die ihr zuschaut, als auch für mich, der ich das spiele. Ich habe ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Aber das ist nicht viel. Auch ich kann nicht entscheiden, was als nächstes Bild kommt. Ich kann nur die Kamera lenken. Und das hat natürlich einen scheinbaren Einfluss da drauf. Aber in Wahrheit weiß ich natürlich genauso wenig wie jeder andere von uns. Wenn ich jetzt die Kamera nach oben lenke, was werde ich da sehen? Und trotzdem habe ich natürlich vielleicht weniger das Gefühl, davon überrascht zu werden, als ihr. Weil ich die Illusion dieser Kontrolle... Und die Illusion haben wir aber jederzeit, wenn wir solche Bilder betrachten, im Alltag auch. Was man den ganzen Tag als Weltgeschehen um sich herum wahrnimmt. Dass man sieht, was man hört. Über fast nichts davon hat man Kontrolle. Und über einen kleinen Teil davon glaubt man, Kontrolle zu haben. Aus dem selben Grund, aus dem ich glaube, Kontrolle über dieses Spiel zu haben. Weil die Dinge, die man macht, die Bewegungen, die man macht, einen erwartungsgemäßen Einfluss auf die Wahrnehmung haben, die man macht. Wenn ich nach links schaue, dann bewegt sich das Bild scheinbar, oder das Bild, das ich wahrnehme, bewegt sich dann in meiner Wahrnehmung nach rechts. Und dadurch bekomme ich dieses Gefühl der Kontrolle. Aber was ich da tatsächlich sehe, rechts, das ist mir natürlich vollkommen entzogen. Und nochmal, ich benutze jetzt auch wieder diese Chiffre, in dem ich sage, das ist mir entzogen, das, was ich sehe. Aber, wenn wir in diesen meditativen Zustand gehen und versuchen, dieses kognitive Geschehen zu analysieren, stellen wir fest, das ist alles gar nicht so klar, was dieses Ich ist. Wie das Ich sich vom Nicht-Ich unterscheidet. Und wir können diese visuellen Eindrücke hier, diese Farben einfach über uns drüber fließen lassen. Also eben von außen kommende nicht kontrollierbare sensorische Ereignisse. schon sehen, also die Galate 這是 Du siehst anspr�니다 was ... bei ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man kann auch den Versuch unternehmen, nichts zu tun, als nur diese Bilder anzuschauen, nichts zu denken, nichts zu planen, sich an nichts zu erinnern, sondern einfach nur die Sinneseindrücke, die reinkommen, an sich wahrzunehmen. Und dabei wird man feststellen, dass das kaum machbar ist. Das schafft man nicht. Können wir den Versuch starten? Von jetzt ab. Was ist... Einfach nur sehen, was ist da. Meinetwegen, welche Farben sind da, welche Formen sind da, wie entwickelt sich das visuelle Geschehen, wie korrespondiert das mit den Tönen, aber keine inhaltlichen Gedanken. Und wenn doch welche kommen, dann die Aufmerksamkeit darauf lenken, woher kam der Gedanke und wohin geht er zurück. Das ist bei all diesen Sinnesandrücken auch eine interessante Frage. Woher kommt das Bild? Wohin verschwindet das Bild? Woher kommt der Ton? Wohin verschwindet der Ton? Und ich habe da früher schon drüber gesprochen, wenn wir über Meditationen, als ich über Meditationen hier gesprochen habe. Das Wichtigste ist, wenn sich ein Gedanke einschleicht in die Meditationen. Ich bringe ja hier auch einfach durch meinen Vortrag Gedanken ins Spiel. Ist das nicht schlimm? Dann lassen wir den einfach wieder verämpfen. Das ist ein Gedanke einschleicht. Und das Auftauchen von einem Gedanken einfach zur Kenntnis nehmen, versuchen die Frage zu beantworten. Wo in meinem kognitiven Raum befindet sich der Gedanke und wo geht er hin, wenn ich ihn entlasse, wenn ich ihn loslasse? Wenn ich wieder zurückkehre zu diesem Zustand, in dem ich einfach nur wahrnehme, was passiert. Diese graue Figur, die durch die merkwürdige Landschaft geht. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Auch das ist sehr interessant, denn wenn man versucht, nichts zu denken, wird man sehr schnell feststellen, nicht nur geht das nicht, sondern das hat sogar eine ganz merkwürdige Qualität, dieser Versuch. Auch wenn man ja auf eine gewisse Weise versucht, sich selber abzuschaffen. Denn ganz viel von dem, was man selber ist, assoziiert man ja mit dem, was spontan an Gedanken aufkommt. Das ist ja das, was man seinen Charakter nennt. Das, was man an sich selbst beobachtet, an spontan entstehenden Gedanken. Und das zu vermeiden, zu versuchen. Und wenn es dann auftritt, nicht sich da rein zu begeben, sondern stattdessen ganz gezielt Abstand davon zu nehmen. Und diese Gedanken einfach auslaufen zu lassen, verpuffen zu lassen. Unser normaler Modus ist diesem aufquellenden inneren Bewusstseinsschaum. Das ist ein Bild aus der Quantenmechanik geklaut, wo ja im Vakuum Quantenschaum diese Energiefluktuationen, Teilchen entstehen lässt. Und so könnte man sagen, dass im Bewusstsein eine bestimmte Energiefluktuation Gedanken entstehen lässt. Und mit diesen spontan entstehenden Gedanken verbinden wir ja ganz viel. Das ist unsere Kreativität, das ist unser Wesen, das ist, was uns ausmacht. Wie wir auf Stimuli, die von außen kommen, reagieren. Und das nicht zuzulassen, das überhaupt nur zu versuchen, das nicht zuzulassen und zu sehen, was bedeutet das, wenn ich... Diesen wesentlichen Teil meiner Person versuche nicht zu erlauben. Oder, das war jetzt nicht ganz korrekt ausgedrückt, nicht erlauben, sondern nicht festzuhalten. Nicht daran festzuhalten. Das, was sich im Bewusstsein automatisch ereignet, das nehmen wir wahr und lassen es wieder gehen. Und identifiziere uns vor allem nicht damit. Oops. Das, was sich im Bewusstsein macht, was sich im Bewusstsein macht, was sich im Bewusstsein macht. Das, was sich im Bewusstsein macht, was sich im Bewusstsein macht. Das, was sich im Bewusstsein macht, was sich im Bewusstsein macht, was sich im Bewusstsein macht. Aber es ist auch hochinteressant, dass wir tatsächlich machtlos dagegen sind, dass alles, was wir sehen, Assoziationen mit uns ausgelöst. Die sind vielleicht auch gar nicht zugänglich, also warum, warum diese Assoziationen jetzt ausgelöst wird, von dem, was wir gerade sehen. Aber die finden unweigerlich statt. Ich bin zwar nicht publikament, wo auch nicht im Bewusstsein macht. Ich bin Ethernet. Aber die ist auch nicht recht wichtig. Vielleicht wird auch hier diese Szenerie in dieser albtraumhaften Unterwelt mit diesen hochinteressanten Figuren zur Assoziation. Wo kommen die her? Sind die kontrollierbar? Haben wir einen Einfluss drauf, was wir assoziieren? Ja, ja, ja. Okay. 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 So kommt man hier hin, ohne sich zu vergiften. Auch interessant. Ja, also hier ist noch einiges geboten. Ähm. Und dann haben wir natürlich noch für später den Dancer of the Boreal Valley, den wir auch immer platt machen müssen. Ähm. Ich weiß nicht, was hier diese raschelnden Geräusche macht und ich weiß nicht, was da drüben. Da drüben ist natürlich auch noch eine Tür. Die können wir jetzt zum Abschluss vielleicht noch aufmachen, nachdem ich ja da drin das Monster erledigt habe. Das ist ja, da oben ist auch noch was, ein Shiny. Ja, das ist die Tür, das ist das Dach, auf dem ich diesen etwas unangenehmen Gegner erledigt habe. Okay. Ich versuche auch wenn, äh, unbedingt vermeiden, Toxic zu werden, wenn es irgendwie geht. Ja, es geht. Okay, da kommen wir nicht rauf. Ah ja. Das habe ich vorhin offensichtlich übersehen, auch interessant. Und wo war diese Tür? Ah, hier war ich glaube ich noch gar nicht. Oh, wo war denn die Tür? Aha. Ein Weg zurück in Elfield Dungeon. Ah. Confusing. Ah. Sind wir denn im großen Raum mit dem Riesen? Da sind wir dann im großen Raum mit dem Riesen. Oh, Scheiße. Ah, ja Schweine. Das gibt es doch nicht. Gut. Und damit wollen wir dann das Experiment vielleicht beenden. denn da möchte ich jetzt nicht was auch gar nicht noch mal hin finden obwohl doch die treppe rauf die probleme die ich bei den letzten malen festgestellt sind auch unverändert das ganze ist sehr sehr schwerfällig die frame rate ist sehr niedrig was das kämpfen nicht gerade erleichtert ich kann hier auch drüber springen oder ist das zu breit also das ist toxik ist wirklich absurd unerfreulich es hält ewig vor noch ganz viel auf weg ganz ganz also ich habe gerade da ein mosk lamp aufgesammelt der vielleicht toxik weg macht das ist ein experimenter drei waren das so nein 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 was gibt es doch nicht ja da war es sehr unnötig also ich gibt zwar keinen sinn aber ich habe das gefühl das wird immer schlimmer dass das spiel sehr sehr schwerfällig und unreaktiv ist und ja gut ich höre mal mit diesem refrain auf aber wir haben hier mit technischen schwierigkeiten zu kämpfen neben den alten neben allen anderen schwierigkeiten ich meine jetzt noch einen versuch zu verstehen was dieser bereich da unten für eine funktion hat und diese tür zu finden und dann lassen wir es endgültig gut sein mal sehen ob ich es vielleicht diesmal wieder schaffe da ohne toxik durchzukommen dass ich nicht die ganzen mosk lamps verbrauchen muss kein durchgang auch kein durchgang jetzt kommen wir hier kann schon kann schon weg aber hier man muss ja das aufschreiben geil geil ah das gibt es doch nicht ja nerven sägen War die, war, war die unten vielleicht, diese Tür? Das könnte sein. Ja, hier war es. Okay. Dann wollen wir mal schauen, was da wieder für eine, noch so einer. Drei von denen, das ist jetzt nicht mal, also einer von denen war ja schon fast nicht zu schaffen. Okay. Sehr interessant. Hm. Oh komm. Lass mich doch weg, ja. Stopp. Also, die Seelen sind sowieso alle furchtbar, holen wir mal das Item noch. Ein Purging Stone, was gibt's Schöneres? Ein Purging Stone. Drüben ist mal was. Nicht getauscht. Mal eine Kerze. Also, bin ich ganz klar, was das alles soll. Soll ich hier genau öffnen, dass die Platz stand. Okay, gut. Danke fürs Experimentieren, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Guten Abend.